Es ist ausgezeichnete 18 Musikkapellen da. Einige von den Musikkapellen sind ja schon das dritte, vierte und fünfte Mal da. Da muss man wirklich sagen, eine ausgezeichnete Organisation. Das Wetter spielt mit, traumhafte Stimmung, wie man im Hintergrund sieht. Das ist wirklich toll und wie man so schon sagt, bei uns ist es wirklich ab der ersten Sekunde Urlaub bei Freunden und wir freuen uns ganz gewaltig, dass so viel dieser Einladung von DVB vollgekreist wird. Ja, wir sind diesmal das zweite Mal da. Das erste Mal war so spitze, dann sind wir gleich das zweite Mal nochmal gekommen. Die Stimmung ist gigantisch zwischen den Musikkapellen. Man lernt eine nach den anderen kennen und das ist genau das, was einfach Spaß macht. Zusammen Musik machen, gemeinsam Bierchen trinken, nette Leute kennenlernen. Was will man mehr? Wir sind mit unserem Musikverein das erste Mal da und wir sind sehr beeindruckt, wie das alles organisiert ist, wie das gut funktioniert. Die Leute sind alle ganz nett und lieb da und wir werden sicher wieder herkommen. Der heutige Tag war super. Wir hatten bestes Wetter. Die Fahrt auf 1800 Meter Höhe war natürlich auch spannend für mich und das Musizieren da oben gehörte einfach dazu und war auch mal wieder ein besonderes Erlebnis. Es ist super, mega Stimmung, richtig cool, schönes Fest und immer Musik, das ist einfach top. Wir sind jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier und wir sind von Donnerstag an jetzt bis Sonntag hier und ich glaube, wir sind noch richtig schön hier. Drei Mal hier und ich glaube, wir sind bis zu uns, Zeit bis zum ersten Mal. Drei Mal hier und ich bin, ich glaube, wir sind hier hin und ich glaube, wir sind ich würde mich, glücklich哦, an. Du dich, bist du bist, oder? Untertitelung des ZDF, 2020